Ohohohohohoh Sie... bist du aufgedreht? Was willst du denn? Er ist geil... Sie können ja schon richtig fallen, wenn sie wollen... Da kommt ja schon ein richtiges Wuch raus... Jetzt geht's... Ja da kommt ein richtiges Wuch raus... Ja, die ist frech, ne? Die ist richtig frech. Ja, schwer? Ja, ja. Dicke? Kommt er in der Ecke oder kommt er? Da sind wir so gegen... Da wollte er aber mutig sein. Hat sich dann doch umentschieden, als er gesehen hat, oh, der Zoffer ist größer. Hey, das tut das jetzt. Sag mal! Das ist so leicht, ne? Hä? Ja, absolut gut. Ich meine, das ist so. Hm? Das ist toll, dass die Platz da runter, ne? Ja. Das ist toll, dass die Platz da runter, ne? Oder wo es das Auto runter geht dann von den St.